RALLEN! 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 Leute in Wasserfälle zu gucken ist gefährlich. Ja, sie ist da gerade runter gesprungen, das war voll gut. Guck mal da! Ich bin gar nicht rum. Hier müssen wir gar nicht hin. Das muss doch ein Gerücht sein. Wir müssen wieder zurück. Nee, warum? Hier oben? Nein, da geht's nicht durch. Das ist eine Wand. Aber hier sind noch Kisten. Jaja, du bist zu faul zum Looten die ganze Zeit. Ja, bin ich auch. Ich muss rallen, nicht looten. RALLEN! Looten und leveln. Was muss das? RALLEN! Nein! Guck mal, das ist ein Piranha. Ob wir mit denen auch noch was zu tun haben? Hier! Jetzt koche ich uns die schöne Suppe. Piranha-Suppe? Das schmeckt bestimmt. Nach Tod. Ja, und? Piranha. Kann man die essen? Hat das schon jemand gemacht? Warum denn nicht? Ja, ich mein, schmeckt das. Weiß ich nicht. Bestimmt. Du bist ja so ein super karnivorer Mensch. Du kennst das aus. Ja, ich hab schon alle Tiere auf der Welt einmal mindestens verspeist. Mensch zweimal. Mindestens. Ah. That's what she is. Was? Was? Wer hofft doch rund zu knarzen, wenn ich hinter dir laufe, das stinkt doch. Ach, kommt da ein Knarz raus, knarzt man? Ja, da kommen dann so kleine Würkchen. Ja, das ist meine Taktik. Das war die Taktik. Das war die Taktik. Was hab ich hier grade getan? Ach, das Labor. Uh. Kann ich hier reinfallen? Hereinreihen? Kammerjäger, die Hyperion Corporation haftet nicht für etwaige von euch entfesselte Monstren. Bringt unsere Raumstation nicht in Gefahr. Haus! Haus! Mach das Ding auf! Kiss doch nur! Ja, ich bin für Jacks. Aufmachen! Ich bin für Jacks Idee. Aktivieren! Aktivieren! Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Schieß einfach auf die Tasten, um die Kombination anzugeben. Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Jacky? Ich öffne den Tresorraum von Labor 19. Jetzt ist hier oben was. Nee, nee, hier ist aber auch noch eins. Ich hab das auch gerade, aber es ist auch noch hier. Ich geh mal nach da oben. Und schau mich mal um. Legitimationscode ist abgelaufen. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Was? Hast du es gerade? Nein, nein, nein. Ich bin auf dem Weg dahin. Ach toll, das ist mal wieder so ein... Oh, wie kommt man denn da rein? Hier. Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Drück mal eben bitte nix. Hier sind so Knöpfe, die man drücken können. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hä? Äh, 2-1-6-6. Steht da. Ich kann ja keinen Code eingeben. Ja, da ist auch so ein Timer, der abläuft. Der ist gleich abgelaufen. Verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Ich komm mal zu dir. Okay, hier ist der Legitimationsgenerator. Legitimationscode ist abgelaufen. Hä? Sechs. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Acht, vier, fünf, sechs. Okay. Soll ich jetzt nochmal? Ja. Ich hab den ja gesehen, vielleicht. Oh, wenn die das nochmal sagt, riecht durch. Ach man, wie soll ich denn? Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Ach, muss ich jetzt erst den Legitimationsgenerator drücken? Dann merkt sie sich das erst. Ich seh da nämlich auch nirgendwo was, wo man Zahlen eingeben kann. Hm. In meiner Nase bitzelt's gerade. Bitzelt's? Hm. Was macht das? Bitzelt's. System scan. Okay. Okay, da ist der Code gleich abgelaufen. Legitimationscode ist abgelaufen. 0476. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Okay, ich drücke jetzt erst hier hin. Und dann gehen wir rüber. 0476 war das, ne? Ja. Okay. Seltsam. Da muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, Zahlen einzugeben. Ne. Oh, sch. Och, Mann. Steht da nix in der Quest im Lockdown. Ah, guck mal. Da muss man gegenballern. Das haben wir doch vorhin gemacht. Nein. Ach, da gegen. Oh. Das macht... Oh, gut. Das muss man wissen. Ja, komm. Und... Doch! Wow! Ist doch also ein bisschen größer. Macaranga? Ich hasse diesen Nackerdingsbum so sehr. Du bist nicht tot? Freut mich! Freut mich sehr! Jack mag dich mehr als mich! Das ist toll! Warte mal, Moon! Ach, hier sind ja so Game Boys. Was ist das denn? Frag Trap? Sue heißt der hier? Ich meine, was? Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Du kaltest Ihr Herz! Ach ne, das kostet immer 95. Sah grad so aus, als wär's nicht so. Keine Gewährleistung! Naja. Da hab ich mich verguckt und dann sagen alle Leute, wir haben... Eddie, du könntest den nicht lesen. Bist du dumm? Bist du den blöden? Nein, 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 nein! Jaaaa! Nein, 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 nein! Ich hab's ja gar nicht angefasst. Jaja, das passiert aber schon mal. Dann sind wir auf einmal woanders und dann... Wolltest du nochmal Moon Buggy fahren, dachte ich. Ja, natürlich. Das hat dir so viel Spaß gemacht. Jetzt sei nicht so ein Fussvollen! Mann! Darf ich gar nichts mehr sagen. Was er wirklich wollte, wird der Mond vielleicht nie erfahren. Vakuums! Wir haben heute alle was gelernt! Wuuu! Was? Okay, der Quest abgegeben. Ich hab kaum Erfahrung, aber wir sind hier die... Mach auf! Hm. Ich krieg langsam Hunger. Auf Bürif. Mit allem? Ja, natürlich. Mit... mit... mit was? Alles. Mit alles. Ja, natürlich. Alles. Mit allem versteh ich nicht. Ach... Soll ich da jetzt einen Bauernhof reinhexeln? Ja. Nein. Mit alles. Hyperion, letztes Heldenmutes. Was haben wir denn noch? Wo du schon da bist? Raketenschirurgie hab ich hier immer noch... Wir haben Stalkerblut noch nicht gemacht. Guck mal. Oh, guck. Ich will! Ich will! Ich mach jetzt! Nein! Okay. Bam! 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 Wir haben alles, was wir brauchen! Woo! Komm her! Schnauze mit Woo! Hast du mal diesen Basketballfilm gesehen? Mit dem Lied übers Fliegen? Genau so ist das... Aber... Nein, das ist nicht so! Das ist nicht wie Space Jam! Du die Flügel und die Schmiere an das leere Raketengehäuse! Hä? Kennst du das, wenn Sachen scheiße werden, weil's Leute mögen, die du auch scheiße findest? Und genau das ist jetzt gerade! Hä? Der lässt mich das nicht machen. Ich glaube, du musst das machen. Warum immer? Kannst du das machen? Nö! Hä? Bring die Flügel an! Kann ich nicht! Doch, warte hier! So! Ah! Kannst du ein bisschen weiter hoch zählen an die Flügel! So, zwei von drei... Schmiere! Schmiert jetzt das! Okay... Wohin fliegt die jetzt? Jetzt feure die Rakete ab! Hypothese? Das wird arschgeil! Klapp, klapp! Hey! Oh oh! Dieser Talk hat keine Ahnung vom Fahren! Ah, ich wusste es! Ja, 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 ja! Das war scheiße! Das Gehirn ist entstandig! Bring dir ein Soldatengehirn! Mach einen von diesen Daltüten kalt und schnapp dir seine grauen Zellen! Tja, wir brauchen wohl noch zwei Gehirne, denn wir haben noch zwei Rockets. Ja. Wuhu! Menschenhirne sammeln! Das ist aber jetzt hier auch ab 18, ne? Ach, Quatsch! Aber dafür müssen wir dann... Hm... Kommen wir denn von hier aus dahin? Oder ist da wieder dieser Blödsinn mit dem Wasser? Gibt's da nicht irgendeine Möglichkeit darauf zu kommen bei diesem Wasserbehälter? Bei diesem ehemaligen Wasserbehälter? I don't know! Hast du das Stirbbehälter? Hast du Haschisch in der Tasche? Hast du immer was zu... Senf! Hast du Senf in der Tasche? Hast du immer ne dreckige Tasche? Du Puit! Ich muss hier laserieren! Lasers! Wuuu! 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 Der hat kein Gehirn! Die müssen wir schon wegschritten, die Jungs! Wo ist denn... Ach, diese... Überfallstalker hier! BAMS! Ich muss noch... Okay... Her damit! Ja, dann bewegt dich ja auch nicht so doof! Hab! Oh! Okay! Was machst du denn? Scheiße! Äh... Ich versuch denen das Gehirn rauszuballern! Aber den Menschen, ne? Ja! Wie hast du das gemacht? Auf den Kopf gezielt, wie sie gesagt hat! Sie sagt viel! Okay! Und dann haben wir halt mal nicht zugehört! Ah, die Gegner platzen alle! Das ist schön! Die kämpfen gegeneinander! Machst du immer! Ich will hier noch ein bisschen rahlen! Oh nein! Ich bin falsch gelaufen! Und jetzt? Weiß ich nicht! Ach, da ist der Große nochmal! Ui! Das ist ja schön! Hallo! Wieso kämpft der jetzt gegen mich? Lass sie büßen! Mano mehr da, Junge! Überlieg doch mal! Ich hab da so ein paar hinter mir her, aber ich hoffe einfach mal, dass ich schneller bin! Ach! Ich hol mir jetzt den Dicken! Die Schabos wissen ja, der Babos! Natürlich! Schabo, ey! Das beste Wahlplakat ever! Wahlplakat? Ja, das stand auf nem Wahlplakat! Was war das? FDP oder so? Weiß ich nicht mehr! Okay! Bestücke die zweite Rakete mit dem Soldatengehirn! Experimental! Wenn ihr das mit dem Soldatengehirn sehen wollt, dann müsst ihr bei der Kerze gucken! Ich bin jetzt nämlich noch im Rahlen hier! Welch teuflicher Plan! So, was macht die Rocket? Boom! Weg! Okay, ich hab's geschafft! Ich bin auf dem Weg zurück! Habt doch grad! Tü-tü-tü-tü-tü! Ja, geil! Geil! Das macht überhaupt keinen Sinn! Natürlich macht das Sinn! Ja, gut! Das ist wie ein Getränk! Ich will sehen! Oh! War unspektakulär! Ja! Bam, bam, bam! Dann machen wir's in die Rakete! Rote Rakete! Rote Rakete! Und rein damit! Auf die mittlere Schuhe! Ich wollte gerade sagen! Nanananananana! Nanananananana! Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Toast! Fire it! Und los! Drei, zwei, eins! Booten! Vielleicht gibt's ein neues Level! Oh Mann! Sie fliegt auf mein Haus zu! Kein echter Wissenschaftler, oder? Ja! Wir haben's geschafft! Scheiß auf mein Haus! Wissenschaft! Lass mich dich belohnen! Alles für die Wissenschaft! Ja klar! Ich jag mein Haus auch in die Luft für die Wissenschaft! Natürlich! Nur so! Geil! Sehr geil! So, warte mal! Sehr geil! Äh, Punkte einsetzen! Ähm, hast du schon? Ach ja! Ein Level Up hatten wir ja! Uiuiui! Wir haben außerdem Part Ende! Ja, dann geben wir jetzt nochmal ein bisschen was auf den Explosionsradius! Ein Badass-Token! Und das war's für heute! Warte, warte! Okay! Jetzt war's das! Tschüss! Tschüss!